Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Hund. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk, ich hab sogar schon einen. Der Hund von Felix ist ja stubenrein. Sag mal, echt? Echt? Ja, immer wenn der irgendwo zu Gast ist, macht er in die Stube rein. Ja, also ich find den Hammer. Ja. Ich hab aber auch noch einen, pass auf. Ich schenke Felix zu Weihnachten übrigens einen Knochen und ein Buch. Der Knochen ist für den Hund, das Buch ist für die Katz. Der hat doch keine Katze. Der Gag funktioniert ja trotzdem. Ach so, weil er nicht gern liest. Ja. Der ist wow. Ja. Aber jetzt hab ich ihn, pass mal auf. Wegen den vielen Einbrüchen jetzt im Winter, hab ich mir ja einen echten Wach- und Schutzhund zugelegt. Sag mal, krass. Krass. Ja, immer wenn er wach wird, sucht er bei mir Schutz. Ach, Wach und Schutz. Ich, also komm, den schick mal hoch, der ist spitze. Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ich, also pads, von Schluss. Und das ist schon wieder Sono Schluck.